So, da sind wir wieder, Angry Birds, das Let's Play von Iruini und jetzt schießen wir auch gleich den ersten Atomvogel ab. Oder Spechte, ich glaube es sind hier Spechte. Hm. Ja los, stürz doch mal ein da. Ah, das war zu tief. Das war unnötig. Oh, naja. Der da oben lächelt jetzt. Oh, ich hasse dieses Lächeln. Dieses selbstgefällige, arrogante Lächeln. Na los, der erste ist tot. Äh, da liegen aber viele Bretter drauf. Verdammt, wieso kamst du da nicht durch, du Penner? Ah, jetzt habe ich wieder einen Schuss. Man müsste pro Schuss hier ein, ein Schwein weghauen. So, es bleibt wieder der da oben sitzen und der, der grinst jetzt wieder. Passt auf, gleich grinst er. Da grinst er. Oh, ich hasse es. Oh. Uh. Das müsste doch nur mal so ein bisschen einstürzen hier. Ja, komm, und jetzt hol die unteren. Oh. Und jetzt mal hole ich den da oben. Der grinst diesmal nicht. So. Dafür grinsen die anderen beiden. Das musste sich auch so verkeilen hier. Wieso verkeilt sich das da immer? Na gut. Der ist weg. Kloppt doch das Ding da rein. Nein, den gefallen tut er mir nicht. So. Jetzt haben wir noch einen Schuss für den da unten. Na, zwei sogar. So. Weg sind sie. Habt ihr es gesehen? So. Hier haben wir Chaos. Okay. Kleine, um das Glas wegzuhauen. Die Pika da. Hätten ruhig etwas höher sein können. So. Idealerweise haue ich nochmal so. Das war ein bisschen hoch. Jetzt müsste ich eigentlich schon die Bretter wegkloppen. Aber jetzt kommt auch schon der letzte. Nein. Da hat der Keil hier alles abgefedert. Boah. Grinst mich nicht so an. Ich hab dir gesagt, dass ich das hasse. So. Das sah besser aus. Das sah auch besser aus. Nochmal auf denselben Winkel. Und. Der ist tot. Nein. Mist. Da kam ich nicht durch. Aber ein Zahn haben wir ihnen gezogen. Hm. Dieses Mal liegen die nicht ganz so gut. Doch. Perfekt. Nur noch den Dicken auf die gleiche Flugbahn abfeuern. Und. 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 Bernd. Nein. Oh. Nein. Lach nicht. Das war ein Millimeter. Das war. Oh. Das war gemein. Nein. Na ja. Aber jetzt wissen wir wie es geht. So. Komm, 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 komm. Nein. Jetzt hat er aber schon drei Zähne weniger. Wir kommen näher. Wir kommen näher. Und der Typ wird fallen. Aber diesmal sind wir sehr steil im Winkel. Ja. Guck doch. Ich dachte doch, er wird fallen. Und kriegen sogar noch Bonuspunkte hier. Mhm. Mhm. So. Hm. So. Flasch. Ah, nein. Es ist der Stein weg. Hm. Hätten es vielleicht eher unten probieren sollen. Hier. So, das war's. Ne, einen haben wir noch. Holen wir noch mal ein paar Punkte. Naja, einen hätten wir noch erwischt. Hm. Und es grinst wieder. Aber das treiben wir ihn aus. Hm. Na gut. Das war, das war Fail. Fail. Wer treffe ich da oben auf den Stein oder da unten? Das gibt's doch gar nicht. Ne, das war komplett Fail jetzt. Die haben ja nicht einen Kratzer abbekommen, die Schweine. Ne, das geht nicht. Das geht nicht. Das machen wir noch mal. Ne, komm. Das war gut. So will ich das sehen. So will ich das nicht sehen. Ja, komm. Ja, bleibt doch nicht auf dem Vogel liegen. Was müsste man den da wegkriegen? Ja, ich seh schon jetzt grinsen gleich wieder. Ah, ja, kommt. Macht schon. Ich warte. Los. Hä? Oder hab ich noch einen? Nein. Ja, guck. Da, 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 da. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Diese Schweine. Normalerweise spiele ich solche Spiele nicht, weil die mich auf Dauer aggressiv machen. Nein, noch nicht in die Richtung. Oh, jetzt hab ich doch schon gleich verkackt. Na toll. Und der letzte gegenüber ist sie nicht hinaus. Ja, ja, das war eh ne Kackrunde. Der grint schon. Los, macht. So, jetzt aber. Also der Stein liegt schon mal gut. Ja, jetzt darf nur nicht der Stein, der Stein, der Stein, der Stein, der Stein, der Stein. Äh. Ja, jetzt liegen da zwei Bretter. Da, da komm ich nicht mehr durch. Jetzt hätte ja sein können, dass der vielleicht noch zu die Kante mitnimmt. Hat er nicht. Na, los. So, aber das war schon gut. Ich bin ja schon wieder auf den Stein da. Ah, ne, der war, der war viel zu hoch. Ja, und jetzt liegt der Stein da im Weg. Der hätte eigentlich... Ja, wir hatten eine gute Position, aber ich hab einen Schuss verkackt. Ja, ja. Mein Gott. Und wenn dieses Let's Play ne Millionenfolgen kriegt, ich schaffe dieses Spiel. Nein, nicht rollen. Nicht rollen! Doch rollen. Oh, ne, den Stein kann man das doch gleich vergessen, glaube ich. Ja. Ich übersehe das jetzt einfach, dass die grinsen. Ja, und jetzt die unteren wegklocken. Aber nicht so. Nein! Oh, wie konnte ich... Oh, nein! Das war der Mega-Fail. Oh, ganz ehrlich, wenn ich hier weiter so rumfälle, dann wird dieses Let's Play doch nicht so lang, wie ich dachte. Okay, jetzt konzentrieren wir uns. Hm. Wir konzentrieren uns. Wir sehen keine grinsenden Schweine, wir übersehen sie. Das war gut. Verdammt. Oh, ne, jetzt rollt er wieder. Ja, komm, roll, rolle, rolle. Kann ich nicht dann gleich hier irgendwie? Doch, kann ich. So, das sieht schon mal gut aus. Oh, dass ich immer... Dass ich da immer zu tief ansetze. Entweder zu tief oder zu hoch. Ich muss eigentlich genau da rein. So, jetzt könnte ich hier die beiden wegballern und dann würde der Stein runterfallen. Leider bräuchte ich dann wahrscheinlich noch einen Schuss. Nein! Oh. Hm. Hm. Dann grinsen sie wenigstens nicht. Also, der war schon mal ideal. Na, der war nicht ganz so toll. Jetzt hab ich da die... Steine im Weg gelegt. Na gut. Der war zu hoch. Aber wir haben es doch geschafft. Jawohl. Oh, der hat... Der hat einen Helm. Ey. Jetzt bewaffnen wir uns sogar schon mit Helmen. Ach so, wird jetzt gespielt. Unfair auch noch. Ey, ich mach dich platt. Ich schwör's dir hier. Ich zieh dir deine Nase lang. So, hier, guck. Äh. Drecksvieh. Okay. Naja. Hm. Hm. Na, die Steine jetzt. Hm. Wenn wir den da wegkriegen. Bei denen verschwenden wir jetzt erstmal da oben um die Türme da. Vielleicht fällt ja noch was runter und trifft das Schwein. Na ja, zumindest eins haben wir erwischt. Und bevor wir jetzt weitermachen, überlassen wir die Spannung für morgen, ob wir's noch schaffen.